Vater und Mutter, Söhne und Töchter, Hof und Wohnung, Knechte und Gerät, das sind die natürlichen Elemente, aus denen überall, wo nicht durch die Polygamie die Mutter als solche verschwindet, das Hauswesen besteht. Darin aber gehen die Völker höherer Kulturfähigkeit auseinander, dass diese natürlichen Gegensätze flacher oder tiefer, mehr sittlich oder mehr rechtlich aufgefasst und durchgearbeitet werden. Keines kommt dem Römischen gleich an schlichte, aber unerbittliche Durchführung der von der Natur selbst vorgezeichneten Rechtsverhältnisse. Die Familie, das heißt der durch den Tod seines Vaters in eigene Gewalt gelangte Freimann mit der feuerlich ihm von den Priestern zur Gemeinschaft des Wassers und des Feuers durch das heilige Salzmehl, durch Konferertio, angetrauten Ehefrau, mit ihren Söhnen und Sohnes Söhnen und deren rechten Frauen und ihren unverheirateten Töchtern und Sohnestöchtern nebst allem, einem von diesen zukommenden Hab und Gut ist eine Einheit, von der dagegen die Kinder der Töchter ausgeschlossen sind, da sie entweder, wenn sie ehelich sind, der Familie des Mannes angehören, oder, wenn außer der Ehe erzeugt, in gar keiner Familie stehen. Eigenes Haus und Kindersegen erscheinen dem römischen Bürger als das Ziel und der Kern des Lebens. Der Tod ist kein Übel, denn er ist notwendig, aber das Aussterben des Hauses oder gar des Geschlechts ist ein Unheil, selbst für die Gemeinde, welche darum in frühester Zeit dem Kinderlosen einen Rechtszweck eröffnete, durch Annahme fremder Kinder anstatt eigene diesem Verhängnis auszuweichen. Von vornherein trug die römische Familie die Bedingungen höherer Kultur in sich in der sittlich geordneten Stellung der Familienglieder zueinander. Familienhaupt kann nur der Mann sein, die Frau ist zwar im Erwerb von Gut und Geld nicht hinter dem Manne zurückgesetzt, sondern es nimmt die Tochter gleichen Erbteil mit dem Bruder, die Mutter gleichen Erbteil mit den Kindern, aber immer und notwendig gehört die Frau dem Hause, nicht der Gemeinde an, und ist auch im Hause notwendig hausuntertänig, die Tochter dem Vater, das Weib dem Manne, die vaterlose und verheiratete Frau ihren nächsten männlichen Verwandten, diese sind es und nicht der König, von denen erforderlichenfalls die Frau verrechtfertigt wird. Aber innerhalb des Hauses ist die Frau nicht Dienerin, sondern Herrin. Befreit von den nach römischen Vorstellungen dem Gesinde zukommenden Arbeiten des Getreidemalens und des Kochens, widmet die römische Hausmutter sich wesentlich nur der Beaufsichtigung der Mägde und daneben der Spindel, die für die Frau ist, was für den Mann der Pflug. Ebenso wurde die sittliche Verpflichtung der Eltern gegen die Kinder von der römischen Nation voll und tief empfunden, und es galt als arger Frevel, wenn der Vater das Kind vernachlässigte oder verdarb oder auch nur zum Nachteil desselben sein Vermögen vergeudete. Aber rechtlich wird die Familie unbedingt geleitet und gelenkt durch den einen allmächtigen Willen des Hausvaters, Baterfamiliers. Ihm gegenüber ist alles rechtlos, was innerhalb des Hauses steht, der Stier und der Sklave, aber nicht minder Weib und Kind. Wie die Jungfrau durch die freie Wahl des Mannes zu seiner Ehefrau wird, so steht auch das Kind, das ihm geboren, aufzuziehen oder nicht, in seinem freien Willen. Es ist nicht Gleichgültigkeit gegen die Familie, welche diese Satzung eingegeben hat, vielmehr Erwohnte die Überzeugung, dass Hausbegründung und Kinderzeugung sittlich Notwendigkeit und Bürgerpflicht sei, tief und ernst im Bewusstsein des römischen Volkes. Vielleicht das einzige Beispiel einer in Rom von Gemeinde wegen gewährten Unterstützung ist die Bestimmung, dass dem Vater, welchem Drillinge geboren werden, eine Beihilfe gegeben werden soll, und wie man über die Aussetzung dachte, zeigt die Untersagung derselben hinsichtlich aller Söhne, mit Ausnahme der Missgeburten, und wenigstens der ersten Tochter. Aber wie gemeinschädlich auch die Aussetzung erscheinen mochte, die Untersagung derselben verwandelte sich bald aus der rechtlichen Ahnung in religiöse Verwünschung, denn vor allen Dingen war der Vater in seinem Hause durchaus unbeschränkt Herr. Der Hausvater hält die Seinigen nicht bloß in strengster Zucht, sondern er hat auch das Recht und die Pflicht, über sie die richterliche Gewalt auszuüben und sie nach Ermessen an Leib und Leben zu strafen. Der erwachsene Sohn kann einen gesonderten Hausstand begründen oder, wie die Römer dies ausdrücken, sein eigenes Viperkulium, vom Vater angewiesen erhalten, aber rechtlich bleibt aller Erwerb der Seinigen, mag er durch eigene Arbeit oder durch fremde Gabe, im väterlichen oder im eigenen Haushalte gewohnen sein, Eigentum des Vaters, und es kann, solange der Vater lebt, die untertänige Person niemals eigenes Vermögen haben, daher auch nicht anders als im Auftrag des Vaters veräußern und nie vererben. In dieser Beziehung stehen Weib und Kind völlig auf gleicher Linie mit dem Sklaven, dem die Führung einer eigenen Haushaltung auch nicht selten verstattet ward, und der mit Auftrag des Herrn gleichfalls befugt ward zu veräußern. Ja, der Vater kann wie den Sklaven so auch den Sohn einem Dritten zum Eigentum übertragen, ist der Käufer ein Fremder, so wird der Sohn sein Knecht, ist er ein Römer, so wird der Sohn, da er als Römer nicht Knecht eines Römers werden kann, seinem Käufer wenigstens ein Knechtes statt. Die väterliche und eherrliche Gewalt unterlag insofern eine Rechtsbeschränkung außer der schon erwähnten des Aussetzungsrechts, als einige der ärgsten Missbräuche mit rechtlicher Ahndung wie mit dem religiösen Bannfluch belegt wurden, so trafen diese den, der seine Ehefrau oder den verheirateten Sohn verkauft, und durch die Familiensitte ward es durchgesetzt, dass bei der Ausübung der häuslichen Gerichtsbarkeit der Vater und mehr noch der Ehemann den Spruch über Kind und Frau nicht fällte, ohne vorher die nächsten Blutsverwandten, sowohl die seinigen wie die der Frau, zugezogen zu haben. Aber eine rechtliche Minderung der Gewalt lag in der letzteren Einrichtung nicht, denn die bei dem Hausgericht zugezogenen Blutsverwandten hatten nicht zu richten, sondern nur den richtenden Hausvater zu beraten. Es ist die haushörliche Macht aber nicht bloß wesentlich unbeschränkt und keinem auf der Erde verantwortlich, sondern auch, solange der Hausherr lebt, unabänderlich und unzerstörlich. Nach den griechischen wie nach den deutschen Rechten ist der Erwachsene, tatsächlich selbstständige Sohn auch rechtlich von dem Vater frei, die Macht des römischen Hausvaters vermag bei dessen Lebzeiten nicht das Alter, nicht der Wahnsinn desselben, ja nicht einmal sein eigener freier Wille aufzuheben, nur dass die Person des Gewalthabers wechseln kann, denn allerdings kann das Kind im Wege der Adoption in eines anderen Vaters Gewalt kommen, die Tochter durch eine rechte Ehe aus der Hand des Vaters übergehen in die Hand des Mannes und, aus ihrem Geschlecht und Gottesschutz in das Geschlecht und den Gottesschutz des Mannes eintretend, ihm nun untertan werden, wie sie bisher es ihrem Vater war. Nach römischem Recht ist es dem Knechte leichter gemacht, sich von dem Herrn, als dem Sohne, sich von dem Vater zu lösen, die Freilassung des Ersteren ward früh und in einfachen Formen gestattet, die Freigebung des Letzteren wurde erst viel später und auf weiten Umwegen möglich gemacht. Ja, wenn der Herr den Knecht und der Vater den Sohn verkauft und der Käufer beide freigibt, so erlangt der Knecht die Freiheit, der Sohn aber fällt durch die Freilassung vielmehr zurück in die frühere väterliche Gewalt. So ward durch die unerbittliche Konsequenz, mit der die väterliche und eherrliche Gewalt von den Römern aufgefasst wurde, dieselbe in wahres Eigentumsrecht umgewandelt. Indes, bei aller Ernährung der hausherrlichen Gewalt über Weib und Kind an die Eigentumsgewalt über Sklaven und wir blieben dennoch die Glieder der Familie von der Familienhaben nicht bloß tatsächlich, sondern auch rechtlich aufs Schärfste getrennt. Die haushältliche Gewalt, auch abgesehen davon, dass sie nur innerhalb des Hauses sich wirksam erzeigt, ist vorübergehender und gewissermaßen stellvertretender Art. Weib und Kind sind nicht bloß um des Hausvaters Willen da, wie das Eigentum nur für den Eigentümer, wie in dem absoluten Staat die Untertanen nur für den König vorhanden sind, sie sind wohl auch Gegenstand des Rechts, aber doch zugleich eigenberechtigt, nicht Sachen, sondern Personen. Ihre Rechte ruhen nur der Ausübung nach, weil die Einheit des Hauses im Regiment einen einheitlichen Repräsentanten erfordert, wenn aber der Hausherr stirbt, so treten die Söhne von selbst als Hausherren ein und erlangen nun ihrerseits über die Frauen und Kinder und das Vermögen die bisher vom Vater über sie geübten Rechte, wogegen durch den Tod des Herrn die rechtliche Stellung des Knecht. Indes war die Einheit der Familie so mächtig, dass selbst der Tod des Hausherren sie nicht vollständig löste. Die durch denselben selbstständig gewordenen Deszendenten betrachten dennoch in mancher Hinsicht sich noch als eine Einheit, wovon bei der Erbfolge und in vielen anderen Beziehungen Gebrauch gemacht wird, vor allen Dingen aber, um die Stellung der Witwe und der unverheirateten Töchter zu ordnen. Da nach älterer römischer Ansicht das Weib nicht fähig ist, weder über andere noch über sich die Gewalt zu haben, so bleibt die Gewalt über sie oder, wie sie mit milderem Ausdruck heißt, die Hut, Tutela, bei dem Hause, dem sie angehört, und wird statt des verstorbenen Hausherren jetzt ausgeübt durch die Gesamtheit der nächsten männlichen Familienglieder, regelmäßig also über die Mütter durch die Söhne, über die Schwestern durch die Brüder. In diesem Sinne dauerte die einmal gegründete Familie unverändert fort, bis der Mannesstamm ihres Urhebers ausstark, nur musste freilich von Generation zu Generation faktisch das Band sich lockern und zuletzt selbst die Möglichkeit des Nachweises der ursprünglichen Einheit verschwinden. Hierauf, und hierauf allein, beruht der Unterschied der Familie und des Geschlechts, oder, nach römischem Ausdruck, der Agnaten und der Gentilen. Beide bezeichnen den Mannesstamm, die Familie aber umfasst nur diejenigen Individuen, welche von Generation zu Generation aufsteigend den Grad ihrer Abstimmung von einem gemeinschaftlichen Stammander tun können, das Geschlecht dagegen auch diejenigen, welche groß die Abstimmung selbst von einem gemeinschaftlichen Anhörn, aber nicht mehr vollständig die Zwischenglieder, also nicht den Grad, nachzuweisen vermögen. Sehr klar spricht sich das in den römischen Namen aus, wenn es heißt, Quintus, Sohn des Quintus, Enkel des Quintus und so weiter, der Quintier, so reicht die Familie so weit, als die Aszendenten individuell bezeichnet werden, und wo sie endlich aufhört, tritt ergänzend an das Geschlecht, die Abstammung von dem gemeinschaftlichen Ur an, der auf alle seine Nachkommen den Namen der Quintus Kinder vererbt hat. Diesen streng geschlossenen, unter der Gewalt eines lebenden Herrn vereinigten oder aus der Auflösung solcher Häuser hervorgegangenen Familien und Geschlechtseinheiten gehörten außerdem noch an zwar nicht die Gäste, das sind die Glieder anderer gleichartiger Kreise, welche worübergehend in einem fremden Hause verweilen, und ebenso wenig die Sklaven, welche rechtlich nur als habe, nicht als Glieder des Hauses angesehen werden, aber wohl die Hörigen, Kleintes, von Klüre, das heißt diejenigen Individuen, die, ohne freier Bürger irgendeines Gemeinwesens zu sein, doch in einem solchen im Zustande geschützter Freiheit sich befanden. Dahin gehörten teils die landflüchtigen Leute, die bei einem fremden Schutzherren Aufnahme gefunden hatten, teils diejenigen Knechte, denen gegenüber der Herr auf den Gebrauch seiner Herrenrechte vorläufig verzichtet, ihnen die tatsächliche Freiheit geschenkt hatte. Es war dies Verhältnis in seiner Eigentümlichkeit nicht ein streng rechtliches wie das zu dem Gast, der Hörige blieb ein unfreier Mann, für den Treuwort und herkommende Unfreiheit milderte. Darum bilden die Hörigen Kleintes, des Hauses in Verbindung mit den eigentlichen Knechten die von dem Willen des Bürgers Patronus, wie Patritius, abhängige Knechtschaft Familia, darum ist nach ursprünglichem Recht der Bürger befugt, das Vermögen des Klienten teilweise oder ganz wieder an sich zu ziehen, ihn vorkommendenfalls in die Sklaverei zurückzuversetzen, ja ihn am Leben zu strafen, und es sind nur tatsächliche Verschiedenheiten, wenn gegen den Klienten nicht so leicht wie gegen den wirklichen Knecht die volle Schärfe dieses haushörlichen Rechtes hervorgekehrt wird und wenn auf der anderen Seite die sittliche Verpflichtung des Herrn, für seine eigenen Leute zu sorgen und sie zu vertreten, bei dem tatsächlich freiergestellten Klienten größere Bedeutung gewinnt als bei dem Sklaven. Ganz besonders musste die faktische Freiheit des Klienten der rechtlichen da sich nähern, wo das Verhältnis durch mehrere Generationen hindurchgegangen war, wenn der Freilasser und der Freigelassene selber gestorben waren, konnte das Herrenrecht über die Nachkommen des Freigelassenen von den Rechtsnachfolgern des Freilassers nicht ohne schreiende Impilität in Anspruch genommen werden. Also bildete schon in dem Hause selbst sich ein Kreis abhängig freier Leute, die von den Knechten sich ebenso unterschieden wie von den gleichberechtigten Geschlechtsgenossen. Auf diesem römischen Hause beruht der römische Staat sowohl den Elementen als der Form nach. Die Volksgemeinde entstand aus der wie immer erfolgten Zusammenfügung jener alten Geschlechtsgenossenschaften der Rommelier, Voltenier, Fabier und so ferner, das römische Gebiet aus den vereinigten Marken dieser Geschlechter, römischer Bürger war, wer einem jener Geschlechter angehörte. Jede innerhalb des Kreises in den üblichen Formen abgeschlossene Ehe galt als echte römische und begründete für die Kinder das Bürgerrecht, wer in Unrechte oder außer der Ehe erzeugt war, war aus dem Gemeindeverband ausgeschlossen. Deshalb nannten die römischen Bürger sich die Vaterkinder Patrici, insofern nur sie rechtlich einen Vater hatten. Die Geschlechter wurden mit allen in ihnen zusammengeschobenen Familien dem Staat, wie sie bestanden, einverleibt. Die häuslichen und Geschlechterkreise blieben innerhalb des Staates bestehen, allein dem Staate gegenüber galt die Stellung in denselben nicht, so dass der Haussohn im Hause unter, aber in politischen Pflichten und Rechten neben dem Vater stand. Die Stellung der Schutzbefohlenen änderte sich natürlich dahin, dass die Freigelassenen und die Klienten eines jeden Schutzherren um seinet Willen in der ganzen Gemeinde geduldet wurden, zwar blieben sie zunächst angewiesen auf den Schutz derjenigen Familie, der sie angehörten, aber es lag doch auch in der Sache, dass von dem Gottesdienst und den Festlichkeiten der Gemeinde die Schutzbefohlenen der Gemeindeglieder nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnten, wenn auch die eigentlichen bürgerlichen Rechte wie die eigentlichen bürgerlichen Lasten selbstverständlich desselben nicht trafen. Umso mehr galt dies von den Schutzbefohlenen der Gesamtschaft. So bestand der Staat wie das Haus aus den eigenen und den zugewandten Leuten, den Bürgern und den Insassen. Wie die Elemente des Staates die auf der Familie ruhenden Geschlechter sind, so ist auch die Form der Staatsgemeinschaft im Einzelnen wie im Ganzen der Familie nachgebildet. Dem Hause gibt die Natur selbst den Vater, mit dem dasselbe entsteht und vergeht. In der Volksgemeinde aber, die unvergänglich bestehen soll, findet sich kein natürlicher Herr, wenigstens in der römischen Nicht, die aus freien und gleichen Bauern bestand und keines Adels von Gottes Gnaden sich zu rühmen vermochte. Darum wird einer aus ihrer Mitte ihr Leiter, Rex, und Herr im Hause der römischen Gemeinde, wie denn auch in späterer Zeit in oder neben seiner Wohnung der ewig flammende Herd und die wohl versperrte Vorratskammer der Gemeinde, die römische Weste und die römischen Penaten zu finden sind, sie alle die sichtbare Einheit des obersten Hauses darstellend, das ganz Rom einschloss. Das Königsamt beginnt, wenn das Amt erledigt und der Nachfolger bezeichnet ist, sofort und von Rechts wegen, aber vollen Gehorsam ist die Gemeinde dem König erst schuldig, wenn er die Versammlung der waffenfähigen Freien zusammenberufen und sie förmlich in Pflicht genommen hat. Als dann hat er ganz die Macht in der Gemeinde, die im Hause dem Hausvater zukommt, und herrscht wie dieser auf Lebenszeit. Er verkehrt mit den Göttern der Gemeinde, die er befragt und befriedigt, aus bitia publica, und er nennt alle Priester und Priesterinnen. Die Verträge, die er abschließt im Namen der Gemeinde mit Fremden, sind verpflichtend für das ganze Volk, obwohl sonst kein Gemeindeglied durch einen Vertrag mit dem Nichtmitglied der Gemeinschaft gebunden wird. Sein Gebot, Imperium, ist allmächtig im Frieden wie im Kriege, weshalb die Boten, Liegteres, von Liesere laden, mit Beilen und Routen ihm überall voranschreiten, wo er in amtlicher Funktion auftritt. Er allein hat das Recht, öffentlich zu den Bürgern zu reden, und er ist es, der die Schlüssel zu dem Gemeindeschatz führt. Ihm steht wie dem Vater das Züchtigungsrecht und die Gerichtsbarkeit zu. Er erkennt Ordnungsstrafen, namendlich Stockschläge wegen Versehen im Kriegsdienst. Er sitzt zu Gericht in allen privaten und kriminellen Rechtshändeln und entscheidet unbedingt über Leben und Tod wie über die Freiheit, so dass er dem Bürger den Mitbürgern Knechtes statt zusprechen oder auch den Verkauf desselben in die wirkliche Sklaverei, also ins Ausland anordnen kann, der Berufung an das Volk um Begnadigung nach gefälltem Bluturteil stattzugeben, ist er berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Er bietet das Volk zum Kriege auf und er befehligt das Heer, nicht minder aber muss er bei Feuerlärm persönlich auf der Brandstelle erscheinen. Wie der Hausherr im Hause nicht der Mächtigste ist, sondern der Alleinmächtige, so ist auch der König nicht der Erste, sondern der einzige Machthaber im Staate. Er mag aus den der Heiligen oder der Gemeindesatzungen besonders kundigen Männern sachverständigen Vereine bilden und deren Rat einfordern, er mag, um sich die Übung der Gewalt zu erleichtern, einzelne Befugnisse anderen übertragen, die Mitteilungen an die Bürgerschaft, den Befehl im Kriege, die Entscheidung der minderwichtigen Prozesse, die Aufspürung der Verbrechen. Er mag namentlich, wenn er den Stadtbezirk zu verlassen genötigt ist, einen Stadtwurkt, Prefectus Urbi, mit der vollen Gewalt eines Stellvertreters da selbst zurücklassen, aber jede Amtsgewalt neben der Königlichen ist aus dieser abgeleitet und jeder Beamte nur durch den König und solange dieser will im Amt. Alle Beamten der ältesten Zeit, der außerordentliche Stadtwurkt sowohl wie die Abteilungsführer, Tribuni, von Tribus Teil, des Fußvolks, Militis, und der Reiterei, Zähleres, sind nichts als Beauftragte des Königs und keineswegs Magistrate im späteren Sinn. Eine äußere rechtliche Schranke hat die Königsgewalt nicht und kann sie nicht haben, für den Herrn der Gemeinde gibt es so wenig einen Richter innerhalb der Gemeinde wie für den Hausherrn innerhalb des Hauses. Nur der Tod beendigt seine Macht. Die Wahl des neuen Königs steht bei dem Rat der Alten, auf den im Fall der Vakanz das Zwischenkönigtum in der Regnum, übergeht. Eine formelle Mitwirkung bei der Königswahl kommt der Bürgerschaft erst nach der Ernennung zu, rechtlich ruht das Königtum auf den dauernden Kollegen der Väter, Patris, das durch den enterimistischen Träger der Gewalt den neuen König auf Lebenszeit einsetzt. Also wird der hohe Göttersegen, unter dem die berühmte Roma gegründet ist, von dem ersten königlichen Empfänger in stetiger Folge auf die Nachfolger übertragen und die Einheit des Staates trotz des Personenwechsels der Machthaber unveränderlich bewahrt. Diese Einheit des römischen Volkes, die im religiösen Gebiet der römische Diovis darstellt, repräsentiert rechtlich der Fürst, und darum ist auch seine Tracht die des höchsten Gottes, der Wagen selbst in der Stadt, wo sonst jeder Mann zu Fuß geht, der Elfenbeinstab mit dem Adler, die rote Gesichtsschminke, der goldene Eichenkranz kommen dem römischen Gott wie dem römischen König in gleicher Weise zu. Aber man würde sehr rirren, darum aus der römischen Verfassung eine Theokratie zu machen, nie sind den Italienern die Begriffe Gott und König in ägyptischer und orientalischer Weise ineinander verschwommen. Nicht der Gott des Volkes ist der König, sondern viel eher der Eigentümer des Staates. Darum weiß man auch nichts von besonderer göttlicher Begnadigung eines Geschlechts oder von irgendeinem geheimnisvollen Zauber, danach der König von anderem Stoff wäre als andere Menschen, die edle Abkunft, die Verwandtschaft mit früheren Regenten ist eine Empfehlung, aber keine Bedingung, vielmehr kann rechtlich jeder zu seinen Jahren gekommen und ein Geist und Leib gesunder römische Mann zum Königtum gelangen. Der König ist also eben nur ein gewöhnlicher Bürger, den Verdienst oder Glück, vor allem aber die Notwendigkeit, dass einer Herr sein müsse in jedem Hause, zum Herrn gesetzt haben über seinesgleichen, den Bauer über Bauern, den Krieger über Krieger. Wie der Sohn dem Vater unbedingt gehorcht und doch sich nicht geringer achtet als den Vater, so unterwirft sich der Bürger dem Gebieter, ohne ihn gerade für seinen Besseren zu halten. Darin liegt die sittliche und faktische Begrenzung der Königsgewalt. Der König konnte zwar, auch ohne gerade das Landrecht zu brechen, viel Unbilliges tun, er konnte den Mitstreitern ihren Anteil an der Beute schmälern, er konnte die übermäßige Fron den auflegen oder sonst durch Auflagen unbillig eingreifen in das Eigentum des Bürgers, aber wenn er es tat, so vergaß er, dass seine Machtfüllen nicht von Gott kam, sondern unter Gottes Zustimmung von dem Volke, das er vertrat, und wer schützte ihn, wenn dieses wieder des Eides vergaß, den es ihm geschworen? Die rechtliche Beschränkung aber der Königsgewalt lag darin, dass er das Gesetz nur zu üben, nicht zu ändern befugt war, jede Abweichung vom Gesetze vielmehr entweder von der Volksversammlung und dem Rat der Alten zuvor gut geheißen sein musste oder ein nichtiger und tyrannischer Akt war, dem rechtliche Folgen nicht entsprangen. So ist sittlich und rechtlich die römische Königsgewalt im tiefsten Grunde verschieden von der heutigen Souveränität und überhaupt im modernen Leben so wenig vom römischen Hause wie vom römischen Staat ein entsprechendes Abbild vorhanden, die Einteilung der Bürgerschaft ruht auf der Pflegschaft, der Kurier, wohl mit Quare gleich Quare, verwandt, zehn Pflegschaften bilden die Gemeinde, jede Pflegschaft stellt hundert Mann zum Fuß her, daher Milles, Wieekwes, der Tausendgänger, zehn Reiter und zehn Radmänner. Bei kombinierten Gemeinden erscheint einer jede derselben natürlich als Teil, Tribus, der ganzen Gemeinde, Toter-Umbrisch und Ostkisch und vervielfältigt sich die Grundzahl mit der Zahl der Teile. Diese Einteilung bezog sich zwar zunächst auf den Personalbestand der Bürgerschaft, ward aber ebenso auch angewandt auf die Feldmark, soweit diese überhaupt aufgeteilt war. Dass es nicht bloß Teil, sondern auch Kurienmarken gab, kann umso weniger bezweifelt werden, als unter den wenigen überlieferten römischen Kuriennamen neben anscheinend Gentilizischen, wie zum Beispiel Faucia, auch sicher örtliche, zum Beispiel Veliensis, Vorkommen, einer jede derselben umfasste in dieser ältesten Zeit der Feldgemeinschaft eine Anzahl der Geschlechtsmarken, von denen schon die Rede war. In ihrer einfachsten Gestalt begegnet diese Verfassung in dem Schema der späterhin unter römischem Einfluss entstandenen latinischen oder Bürgergemeinden, durchgängig zählten dieselben 100 Ratmänner, Centum Viori. Aber auch in der ältesten Tradition über das dreiteilige Rom, welche demselben 30 Kurien, 300 Reiter, 300 Senatoren, 3000 Fußsoldaten beilegt, treten durchgängig dieselben Normalzahlen hervor. Nichts ist gewisser, als dass dieses älteste Verfassungsschema nicht in Rom entstanden, sondern uraltes, allen Latinern gemeinsames Recht ist, vielleicht sogar über die Trennung der Stämme zurückreicht. Die in solchen Dingen sehr glaubwürdige römische Verfassungstradition, die für alle übrigen Einteilungen der Bürgerschaft eine Geschichte hat, lässt einzig die Kurienanteilung entstehen mit der Entstehung der Stadt, und damit im vollsten Einklang erscheint die Kurienverfassung nicht bloß in Rom, sondern tritt in dem neuerlich aufgepfandenen Schema der latinischen Gemeindeordnungen auf als wesentlicher Teil des latinischen Stadtrechts überhaupt. Der Kern dieses Schemas war und blieb die Gliederung in Kurien. Die Teile können schon deshalb kein wesentliches Moment gewesen sein, weil ihr Vorkommen überhaupt wie nicht minder ihre Zahl zufällig ist. Wo es deren gab, kam ihnen sicher keine andere Bedeutung zu, als dass das Andenken an eine Epoche, wo diese Teile selber ganze gewesen waren, sich in ihnen bewahrte. Es ist nirgends überliefert, dass der einzelne Teil einen Sondervorstand und Sonderzusammenkünfte gehabt habe, und die große Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass im Interesse der Einheit des Gemeinwesens den Teilen, aus denen es zusammengeschmulzen war, dergleichen in der Tat nie verstattet worden sind. Selbst im Heere zählte das Fußvolk zwar so viel Anführerpaare, als es Teile gab, aber es befehligte nicht jedes dieser Kriegstribunenpaare das Kontingent einer Tribus, sondern sowohl jeder einzelne Kriegstribun wie alle zusammen geboten über das gesamte Fuß her. Die Geschlechter sind unter die einzelnen Kurien verteilt, die Grenzen derselben wie die des Hauses durch die Natur gegeben. Darauf, dass die gesetzgebende Gewalt modifizierend in diese Kreise eingegriffen hat, das große Geschlecht in Zweige gespalten und es als Doppeltes gezählt oder mehrere Schwache zusammengeschlagen, führt in der römischen Überlieferung schlechterdings keine Spur, auf jeden Fall ist dies nur in so beschränkter Weise geschehen, dass der verwandtschaftliche Grundcharakter des Geschlechtes dadurch nicht verändert worden ist. Es wird darum weder die Zahl der Geschlechter, noch viel weniger die der Häuser gedacht werden dürfen als rechtlich fixiert, wenn die Kurie 100 Mann zu Fuß und 10 Reiter zu stellen hatte, so ist es weder überliefert noch glaublich, dass man aus jedem Geschlecht einen Reiter und aus jedem Hause einen Fußgänger genommen hat. Das einzig funktionierende Glied in dem ältesten Verfassungsorganismus ist die Kurie, deren es 10, oder wo mehrere Teile waren, je 10 auf jeden Teil gab. Eine solche Pflegschaft war eine wirkliche kooperative Einheit, deren Mitglieder wenigstens zu gemeinsamen Festen sich versammelten, die auch jede unter einem besonderen Pflege, Kurio, standen und einen eigenen Priester, Flamen Kurialis, hatten, ohne Zweifel wurde auch nach Kurien ausgehoben und geschätzt, und dem Ding trat die Bürgerschaft nach Kurien zusammen und stimmte nach Kurien ab. Indes kann diese Ordnung nicht zunächst der Abstimmung wegen eingeführt sein, da man sonst sicherlich die Zahl der Abteilungen ungerade gemacht haben würde. So schroff der Bürger dem Nichtbürger gegenüberstand, so vollkommen war innerhalb der Bürgerschaft die Rechtsgleichheit. Vielleicht gibt es kein Volk, das in unerbittlich strenger Durchführung des einen wie des anderen Satzes es den Römern jemals gleich getan hat. Die Schärfe des Gegensatzes zwischen Bürgern und Nichtbürgern bei den Römern tritt vielleicht nirgends mit solcher Deutlichkeit hervor wie in der Behandlung der uralten Institution des Ehrenbürgerrechts, welches ursprünglich bestimmt war, diesen Gegensatz zu vermitteln. Wenn ein Fremder durch Gemeindebeschluss in den Kreis der Bürger hin angenommen ward, so konnte er zwar sein bisheriges Bürgerrecht aufgeben, wo er dann völlig in die neue Gemeinschaft übertrat, aber auch jenes mit dem ihm Neugewehrten verbinden. So war es älteste Sitte und so ist es in Hellas immer geblieben, wo auch späterhin nicht selten derselbe Mann in mehreren Gemeinden gleichzeitig verbürgert war. Allein das lebendiger entwickelte Gemeindegefühl Latiums duldete es nicht, dass man zweien Gemeinden zugleich als Bürger angehören könne, und ließ für den Fall, wo der neu gewählte Bürger nicht die Absicht hatte, sein bisheriges Gemeinderecht aufzugeben, dem nominalen Ehrenbürgerrecht nur die Bedeutung der gastrichtlichen Freundschaft und Schutzverpflichtung, wie sie auch Ausländern gegenüber von jeher vorgekommen war. Aber mit dieser strengen Einhaltung der Schranken gegen Außen ging Hand in Hand, dass aus dem Kreise der römischen Bürgergemeinde jede Rechtsverschiedenheit der Glieder unbedingt ferngehalten wurde. Dass die innerhalb des Hauses bestehenden Unterschiede, welche freilich nicht beseitigt werden konnten, innerhalb der Gemeinde wenigstens ignoriert wurden, wurde bereits erwähnt, derselbe, der als Sohn dem Vater zu eigen untergeben war, konnte also als Bürger in den Fall kommen ihm als Herr zu gebieten. Standesvorzüge aber gab es nicht, dass die Tite den Rahmenern, beide den Loseren in der Reihe vorangingen, tat ihrer rechtlichen Gleichstellung keinen Eintrag. Die Bürgerreiterei, welche in dieser Zeit zum Einzelgefecht vor der Linie zu Pferd oder auch zu Fuß verwandt ward und mehr eine Eliten- oder Reservetruppe als eine Spezialwaffe war, also durchaus die wohlhabendste, bestgerüstete und bestgeübte Mannschaft in sich schloss, war natürlich angesehener als das Bürgerfußvolk, aber auch dieser Gegensatz war rein tatsächlicher Art und der Eintritt in die Reiterei ohne Zweifel jedem Patrizier gestattet. Es war einzig und allein die verfassungsmäßige Gliederung der Bürgerschaft, welche rechtliche Unterschiede hervorrief, im Übrigen war die rechtliche Gleichheit aller Gemeindeglieder selbst in der äußerlichen Erscheinung durchgeführt. Die Tracht zeichnete wohl den Vorsteher der Gemeinde vor den Gliedern derselben, den erwachsenen Dienstpflichtigen Mann vor dem noch nicht herbernfähigen Knaben aus, übrigens aber dürfte der Reiche und Vornehme wie der Arme und Niedriggeborene öffentlich nur erscheinen in dem gleichen einfachen Umwurf, Doga, von weißem Wollenstoff. Diese vollkommene Rechtsgleichheit der Bürger ist ohne Zweifel ursprünglich begründet in der indogermanischen Gemeindeverfassung, aber in dieser Schärfe der Auffassung und Durchführung doch eine der bezeichnendsten und der folgenreichsten Eigentümlichkeiten der latinischen Nation, und wohl mag man dabei sich erinnern, dass in Italien keine den latinischen Einwanderern botmäßig gewordene Rasse ältere Ansiedlung und geringere Kulturfähigkeit begegnet und damit die hauptsächliche Gelegenheit mangelte, woran das indische Kastenwesen, der spartanische und dessalische und wohl überhaupt der hellenische Adel und vermutlich auch die deutsche Ständescheidung angeknüpft hat. Dass der Staatshaushalt auf der Bürgerschaft ruht, versteht sich von selbst. Die wichtigste Bürgerleistung war der Heerdienst, denn nur die Bürgerschaft hatte das Recht und die Pflicht die Waffen zu tragen. Die Bürger sind zugleich die Kriegerschaft Populus, verwandt mit Populari-Verheeren, in den alten Litaneien ist es die spärbewehrte Kriegsmannschaft Pilumnus Populus, auf die der Segen des Mars herabgefläht wird und selbst die Benennung, mit welcher der König sie anredet, der Quiriten, wird als Bezeichnung des Wehrmanns gefasst. In welcher Art das Angriffsherr, die Leselegio, gebildet ward, ist schon gesagt worden, in der dreiteiligen römischen Gemeinde bestand sie aus drei Hundertschaften, Zenturie, der Reiter, Zeleris, die Schnellen oder Flexuntes, die Schwenker, unter den drei Abteilungsführern der Reiter, Tribuni Zelerum, und dreitausendschaften der Fußgänger, Militis, unter den drei Abteilungsführern des Fußvolks, Tribuni Militum, letzteres war vermutlich von Haus aus der Kern des Gemeindeaufgebots. Dazu mögen etwa noch eine Anzahl außer Reihe und Gliedfechten der leicht bewaffnete, besonders Bogenschützen gekommen sein. Der Feldherr war regelmäßig der König selbst. Außer dem Kriegsdienst konnten noch andere persönliche Lasten den Bürger treffen, wie die Pflicht zur Übernahme der königlichen Aufträge im Kriege wie im Frieden, i. 78, und die Frondin zur Bestellung der Ecke oder zur Anlage öffentlich erbauten, wie schwer namendlich der Bau der Stadtmauer auf der Gemeinde lastete, zeigt, dass der Name der Frondin Mönier, den Ringwellen verblieb. Eine regelmäßige direkte Besteuerung dagegen kam ebenso wenig vor wie direkte regelmäßige Staatsausgaben. Zur Bestreitung der Gemeindelasten bedürfte es derselben nicht, da der Staat für Herfolge, Fronte und überhaupt öffentliche Dienste keine Entschädigung gewährte, sondern, soweit eine solche überhaupt vorkam, sie dem Dienenden entweder von dem Bezirk geleistet ward, den zunächst die Auflage traf, oder auch von dem, der selber nicht dienen konnte oder wollte. Die für den öffentlichen Gottesdienst nötigen Opfertiere wurden durch eine Prozesssteuer beschafft, indem, wer im ordentlichen Prozess unterlag, eine nach dem Werte des Streitgegenstandes abgemessene Vibusse, Sacramentum, an den Staat erlegte. Von stehenden Geschenken der Gemeindebürger an den König wird nichts berichtet. Dagegen flossen dem König die Hafenzölle zu, i. 62, sowie die Einnahme von den Domänen, namentlich der Weidezins, Scriptura, von dem auf die Gemeinweide aufgetriebenen Wir und die Fruchtquote, weckte Gallier, die die Nutznießer der Staatsecke an Zinses statt abzugeben hatten. Hierzu kam der Ertrag der Vibussen und Konfiskationen und der Kriegsgewinn. In Notfällen endlich wurde eine Umlage, Tributum, ausgeschrieben, welche indes als gezwungene Anleihe betrachtet und in besseren Zeitläuften zurückgezahlt ward, ob dieselbe die Bürger überhaupt traf, oder nur die Ansässigen, lässt sich nicht entscheiden, da ist die letztere Annahme wahrscheinlicher. Der König leitete die Finanzen, mit dem königlichen Privatvermögen indes, das, nach den Angaben über den ausgedehnten Grundbesitz des letzten römischen Königsgeschlechts der Taikinäer zu schließen, regelmäßig bedeutend gewesen sein muss, fiel das Staatsvermögen nicht zusammen und namentlich der durch die Waffen gewonnene Acker scheint stets als Staatseigentum gegolten zu haben. Ob und wie weit der König in der Verwaltung des öffentlichen Vermögens durch Herkommen beschränkt war, ist nicht mehr auszumachen, nur zeigt die spätere Entwicklung, dass die Bürgerschaft hierbei nie gefragt worden sein kann, wogegen es Litter sein mochte, die Auflage des Tributum und die Verteilung des im Kriege gewonnenen Ackerlandes mit dem Senat zu beraten, indes nicht bloß leistend und dienend erscheint die römische Bürgerschaft, sondern auch beteiligt an dem öffentlichen Regimente. Es traten hierzu die Gemeindeglieder alle, mit Ausnahme der Weibe und der noch nicht waffenfähigen Kinder, also, wie die Anrede lautet, die Lanzenmänner Quirites, auf der Dingstätte zusammen, wenn der König sie berief, um ihnen eine Mitteilung zu machen, Conventio, Contio, oder auch sie förmlich auf die dritte Woche, Intrinum nu undinum, zusammentreten hieß, Commitia, um sie nach Kurien zu befragen. Ordnungsmäßig setzte derselbe zweimal im Jahr, zum 24. März und zum 24. Mai, dergleichen förmliche Gemeindeversammlungen an und außerdem, so oft es ihm erforderlich schien, immer aber lud er die Bürger nicht zum Reden, sondern zum Hören, nicht zum Fragen, sondern zum Antworten. Niemand spricht in der Versammlung als der König oder wem er das Wort zu gestatten für gut findet, die Rede der Bürgerschaft ist einfache Antwort auf die Frage des Königs, ohne Erörterung, ohne Begründung, ohne Bedingung, ohne Fragteilung. Nichtsdestoweniger ist die römische Bürgergemeinde eben wie die deutsche und vermutlich die älteste indogermanische überhaupt die eigentliche und letzte Trägerin der Idee des souveränen Staates. Allein diese Souveränität ruht im ordentlichen Lauf der Dinge oder äußert sich doch hier nur darin, dass die Bürgerschaft sich zum Gehorsam gegen den Vorsteher freiwillig verpflichtet. Zu diesem Ende richtet der König, nachdem er sein Amt angetreten hat, an die versammelten Kurien die Frage, ob sie ihm treu und botmäßig seien und ihn selbst wie seine Boten, Liegteres, in hergebrachter Weise anerkennen wollen, eine Frage, die ohne Zweifel ebenso wenig verneint werden durfte, als die ihr ganz ähnliche Huldigung in der Erbmonarchie verweigert werden darf. Es war durchaus folgerichtig, dass die Bürgerschaft, eben als der Souverän, ordentlicherweise an dem Gang der öffentlichen Geschäfte sich nicht beteiligte. Solange die öffentliche Tätigkeit sich beschränkt auf die Ausübung der bestehenden Rechtsordnungen, kann und darf die eigentlich souveräne Staatsgewalt nicht eingreifen. Es regieren die Gesetze, nicht der Gesetzgeber. Aber anders ist es, wo eine Änderung der bestehenden Rechtsordnung oder auch nur eine Abweichung von derselben in einem einzelnen Fall notwendig wird, und hier tritt denn auch in der römischen Verfassung ohne Ausnahme die Bürgerschaft handelnd auf, so dass ein solcher Akt der souveränen Staatsgewalt vollzogen wird durch das Zusammenwirken der Bürgerschaft und des Königs oder Zwischenkönigs. Wie das Rechtsverhältnis zwischen Regent und Regierten selbst durch mündliche Frage und Antwort kontraktmäßig sanktioniert wird, so wird auch jeder Oberhelligkeitsakt der Gemeinde zustande gebracht durch eine Anfrage, Rogatio, welche der König an die Bürger gerichtet und welche die Mehrzahl der Kurien zugestimmt hat, in welchem Fall die Zustimmung ohne Zweifel auch verweigert werden dürfte. Darum ist den Römern das Gesetz nicht zunächst, wie wir es fassen, der von dem Souverän an die sämtlichen Gemeindeglieder gerichtete Befehl, sondern zunächst der zwischen den konstitutiven Gewalten des Staates durch Rede und gegen Rede abgeschlossene Vertrag. Einer solchen Gesetzvertragung bedürfte es rechtlich in allen Fällen, die der ordentlichen Rechtskonsequenz zuwiderliefen. Im gewöhnlichen Rechtslauf kann jeder unbeschränkt sein Eigentum weggeben an wen er will, allein nur in der Art, dass er dasselbe sofort aufgibt, dass das Eigentum vorläufig dem Eigentümer bleibe und bei seinem Tode auf einen anderen übergehe, ist rechtlich unmöglich, es sei denn, dass ihm die Gemeinde solches gestatte, was hier nicht bloß die auf dem Markt versammelte, sondern auch die zum Kampf sich ordnende Bürgerschaft bewilligen konnte. Dies ist der Ursprung der Testamente. Im gewöhnlichen Rechtslauf kann der freie Mann das unveräußerliche Gut der Freiheit nicht verlieren noch weggeben, darum auch, wer keinem Hausherrn untertan ist, sich nicht einem anderen an Sohnes statt unterwerfen, es sei denn, dass ihm die Gemeinde solches gestatte. Dies ist die Adrogation. Im gewöhnlichen Rechtslauf kann das Bürgerrecht nur gewonnen werden durch die Geburt und nicht verloren werden, es sei denn, dass die Gemeinde das Patriziatverleih oder dessen Aufgeben gestatte, was beides unzweifelhaft ursprünglich ohne Kurienbeschluss nicht in gültiger Weise geschehen konnte. Im gewöhnlichen Rechtslauf trifft den todeswürdigen Verbrecher, nachdem der König oder sein Stellvertreter nach Urteil und Recht den Spruch getan, unerbittlich die Todesstrafe, da der König nur richten, nicht begnadigen kann, es sei denn, dass der zum Tode verurteilte Bürger die Gnade der Gemeinde anrufe und der Richter ihm die Betretung des Gnadenwegs freigebe. Dies ist der Anfang der Provokation, die darum auch vorzugsweise nicht dem leugnenden Verbrecher gestattet wird, der überwiesen ist, sondern dem Geständigen, der Milderungsgründe geltend macht. Im gewöhnlichen Rechtslauf darf der mit einem Nachbarstaat geschlossene ewige Vertrag nicht gebrochen werden, es sei denn, dass wegen zugefügter Unwill die Bürgerschaft sich desselben entbunden erachtet. Daher musste sie notwendig befragt werden, wenn ein Angriffskrieg beabsichtigt wird, nicht aber bei dem Verteidigungskrieg, wo der andere Staat den Vertrag bricht, noch auch beim Abschluss des Friedens, doch richtete sich jene Frage, wie es scheint, nicht an die gewöhnliche Versammlung der Bürger, sondern an das Heer. So wird endlich überhaupt, wenn der König eine Neuerung beabsichtigt, eine Änderung des bestehenden Gemeinenrechts, es notwendig, die Bürger zu befragen, und insofern ist das Recht der Gesetzgebung von Alters her nicht ein Recht des Königs, sondern ein Recht des Königs und der Gemeinde. In diesen und in allen ähnlichen Fällen konnte der König ohne Mitwirkung der Gemeinde nicht mit rechtlicher Wirkung handeln, der vom König allein zum Patrizier erklärte, man blieb nach wie vor nicht Bürger, und es konnte der nichtige Akt nur etwa faktische Folgen erzeugen. Insofern war also die Gemeindeversammlung, wie beschränkt und gebunden sie auch auftrat, doch von Alters her ein konstitutives Element des römischen Gemeinwesens und stand dem Rechte nach mehr über als neben dem König, aber neben dem König und neben der Bürgerversammlung erscheint in der ältesten Gemeindeverfassung noch eine dritte Grundgewalt, nicht zum Handeln bestimmt wie jene noch zum Beschließen wie diese, und dennoch neben beide und innerhalb ihres Rechtskreises über beide gesetzt. Dies ist der Rat der Alten oder der Senatus. Unzweifelhaft ist derselbe hervorgegangen aus der Geschlechtsverfassung, die alte Überlieferung, dass in dem ursprünglichen Rom die sämtlichen Hausväter den Senat gebildet hätten, ist staatsrechtlich insofern richtig, als jedes der nicht erst nachher zugewanderten Geschlechter des späteren Rom seinen Ursprung zurückführte auf einen jener Hausväter der ältesten Stadt als auf seinen Stammvater und Patriarchen. Wenn, wie dies wahrscheinlich ist, es in Rom oder doch in Latium einmal eine Zeit gegeben hat, wo wie der Staat selbst, so auch jedes seiner letzten Bestandteile, das heißt jedes Geschlecht gleichsam monarchisch organisiert war und unter einem, sei es durch Wahl der Geschlechtsgenossen oder des Vorgängers, sei es durch Erbfolge bestimmten Ältesten stand, so ist in derselben Epoche auch der Senat nichts gewesen als die Gesamtheit dieser Geschlechtsältesten und demnach eine vom König wie von der Bürgerversammlung unabhängige Institution, gegenüber der letzteren, unmittelbar durch die Gesamtheit der Bürger gebildeten gewissermaßen eine repräsentative Versammlung von Volksvertretern. Allerdings ist jene gleichsam staatliche Selbstständigkeit der Geschlechter bei dem latinischen Stamm in unverdenklich früher Zeit überwunden und der erste und vielleicht schwerste Schritt, um aus der Geschlechtsordnung die Gemeinde zu entwickeln, die Beseitigung der Geschlechtsältesten, möglicherweise in Latium lange vor der Gründung Roms getan worden. Wie wir das römische Geschlecht kennen, ist es durchaus ohne ein sichtbares Haupt- und zu Vertretung des gemeinsamen Patriarchen, von dem alle Geschlechtsmänner abstammen oder abzustammen behaupten, von den lebenden Geschlechtsgenossen kein einzelner Vorzugsweise berufen, so dass Selbsterbschaft und Vormundschaft, wenn sie dem Geschlecht anstehen, von den Geschlechtsgenossen insgesamt geltend gemacht werden. Aber nichts desto weniger sind von dem ursprünglichen Wesen des Rates der Ältesten auch auf den römischen Senat noch viele unwichtige Rechtsfolgen übergegangen, um es mit einem Worte zu sagen, die Stellung des Senats, wonach er etwas anderes und mehr ist als ein bloßer Staatsrat, als die Versammlung eine Anzahl vertrauter Männer, deren Ratschläge der König einzuholen zweckmäßig findet, beruht lediglich darauf, dass er einst eine Versammlung gewesen war gleich jener, die Homer schildert, der um den König im Kreise herum zurate sitzenden Fürsten und Herren des Volkes. Solange der Senat durch die Gesamtheit der Geschlechtshäupte gebildet ward, kann die Zahl der Mitglieder eine Feste nicht gewesen sein, da die der Geschlechter es auch nicht war, aber in frühester, vielleicht schon in vorrömischer Zeit ist die Zahl der Mitglieder des Rates der Ältesten für die Gemeinde ohne Rücksicht auf die Zahl der zurzeit vorhandenen Geschlechter auf 100 festgestellt worden, zotas von der Verschmelzung der drei Erdschmein denn die Vermehrung der Senatssätze auf die seitdem feststehende Normalzahl von 300 die staatsrechtlich notwendige Folge war. Auf Lebenszeit ferner sind die Ratsherren zu allen Zeiten berufen worden, und wenn in spätere Zeit dies lebenslänglicher verbleiben mehr tatsächlich als von Rechts wegen eintrat und die von Zeit zu Zeit stattfindenden Revisionen der Senatsliste eine Gelegenheit darboten, den unwürdigen oder auch nur missliebigen Ratsherren zu beseitigen, so hat diese Einrichtung sich nachweislich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Die Wahl der Senatoren hat allerdings, seit es Geschlechtshäupte nicht mehr gab, bei dem König gestanden, wohl aber mag bei dieser Wahl in älterer Zeit, solange noch die Individualität der Geschlechter im Volke lebendig war, als Regel, wenn ein Senator starb, der König einen anderen erfahrenen und bejahten Mann derselben Geschlechtsgenossenschaft an seine Stelle berufen haben. Vermutlich ist erst mit der steigenden Verschmelzung und inneren Einigung der Volksgemeinde hiervon abgegangen worden und die Auswahl der Ratsherren ganz in das freie Ermessen des Königs übergegangen, sodass nur das noch als Missbrauch erschien, wenn er erledigte Stellen unbesetzt ließ. Die Befugnis dieses Rates der Ältesten beruht auf der Anschauung, dass die Herrschaft über die aus den Geschlechtern gebildete Gemeinde von rechts wegen den sämtlichen Geschlechtsältesten zusteht, wenn sie auch, nach der schon in dem Hause so scharf sich ausprägenden monarchischen Grundanschauung der Römer, zur Zeit immer nur von einem dieser Ältesten, das ist von dem König, ausgeübt werden kann. Ein jedes Mitglied des Senats ist also als solches, nicht der Ausübung, aber der Befugnis nach, ebenfalls König der Gemeinde, weshalb auch seine Abzeichen zwar geringer als die königlichen, aber denselben gleichartig sind, er trägt den roten Schuh gleich dem König, nur dass der des Königs höher und ansehnlicher ist als der des Senators. Hierauf beruht es ferner, dass, wie bereits erwähnt ward, die königliche Gewalt in der römischen Gemeinde überhaupt nicht erledigt werden kann. Stirbt der König, so treten ohne weiteres die Ältesten an seine Stelle und üben die Befugnisse der königlichen Gewalt. Jedoch nach dem unwandelbaren Grundsatz, dass nur einer zur Zeit Herr sein kann, herrscht auch jetzt immer nur einer von ihnen und es unterscheidet sich ein solcher Zwischenkönig Interrex, von dem auf Lebenszeit ernannten zwar in der Dauer, nicht aber in der Fülle der Gewalt. Die Dauer des Zwischenkönigtums ist für die einzelnen Inhaber festgesetzt auf höchstens fünf Tage, es geht dasselbe demnach unter den Senatoren in der Art um, dass, bis das Königtum auf die Dauer wieder besetzt ist, der zeitige Inhaber bei Ablauf jener Frist gemäß der durch das Los festgesetzten Reihenfolge es dem Nachfolger ebenfalls auf fünf Tage übergibt. Ein Treuwort wird dem Zwischenkönig begreiflicherweise von der Gemeinde nicht geleistet. Im Übrigen aber ist der Zwischenkönig berechtigt und verpflichtet, nicht bloß alle dem König sonst zustehenden Amtshandlungen vorzunehmen, sondern selbst einen König auf Lebenszeit zu ernennen, nur dem erstbestellten von ihnen fehlt ausnahmsweise das letztere Recht, vermutlich weil diese angesehen wird als mangelhaft eingesetzt, da er nicht von seinem Vorgänger ernannt ist. Also ist diese ältesten Versammlung am letzten Ende die Trägerin der Herrschermacht, Imperium, und des Gottesschützes, Auspizia, des römischen Gemeinwesens und in ihr die Bürgschaft gegeben für die ununterbrochene Dauer desselben und seiner monarchischen, nicht aber erblich monarchischen Ordnung. Wenn also dieser Senat später den Griechen eine Versammlung von Königen zu sein dünkte, so ist das nur in der Ordnung, ursprünglich ist er in der Tat eine solche gewesen. Aber nicht bloß insofern der Begriff des ewigen Königstums in dieser Versammlung seinen lebendigen Ausdruck fand, ist sie ein wesentliches Glied der römischen Gemeindeverfassung. Zwar hat der Rat der Ältesten sich nicht in die Amtstätigkeit des Königs einzumischen. Seine Stellvertreter freilich hat dieser, falls er nicht imstande war, selbst das Heer zu führen oder den Rechtsstreit zu entscheiden, wohl von jeher aus dem Senat genommen, weshalb auch später noch die höchsten Befehlshabestellen regelmäßig nur an Senatoren vergeben und ebenso als geschworene vorzugsweise Senatoren verwendet werden. Aber weder bei der Herleitung noch bei der Rechtsprechung ist der Senat in seiner Gesamtheit je zugezogen worden, weshalb es auch in dem späteren Rom nie ein militärisches Befehlsrecht und keine Gerichtsbarkeit des Senats gegeben hat. Aber wohl galt der Rat der Alten als der berufene Ware der bestehenden Verfassung, selbst gegenüber dem König und der Bürgerschaft. Es lag deshalb ihm ob, jeden auf Antrag des Königs von dieser gefassten Beschluss zu prüfen und, wenn derselbe die bestehenden Rechte zu verletzen schien, demselben die Bestätigung zu versagen, oder, was dasselbe ist, in allen Fällen, wo verfassungsmäßig ein Gemeindebeschluss erforderlich war, also bei jeder Verfassungsänderung, bei der Aufnahme neuer Bürger, bei der Erklärung eines Angriffskrieges, kam dem Rat der Alten ein Weto zu. Allerdings darf man dies wohl nicht so auffassen, als habe die Gesetzgebung der Bürgerschaft uns dem Rat gemeinschaftlich zugestanden, etwa wie den beiden Häusern in dem heutigen konstitutionellen Staat. Der Senat war nicht sowohl Gesetzgeber als Gesetzwächter und konnte den Beschluss nur dann kassieren, wenn die Gemeinde ihre Befugnisse überschritten, also bestehende Verpflichtungen gegen die Götter oder gegen auswärtige Staaten oder auch organische Einrichtungen der Gemeinde durch ihren Beschluss verletzt zu haben schien. Immer aber bleibt es vom größten Gewichte, dass zum Beispiel, wenn der römische König die Kriegserklärung beantragt und die Bürgerschaft dieselbe zum Beschluss erhoben hatte, auch die Sühne, welche die auswärtige Gemeinde zu erlegen verpflichtet schien, von derselben umsonst gefordert worden war, der römische Sendbote die Götter zu Zeugen der Unbel anrief, und mit den Worten schloss, darüber aber wollen wir alten Rat pflegen daheim, wie wir zu unserem Rechte kommen, erst wenn der Rat der Alten sich ein Verstanden erklärt hatte, war der nun von der Bürgerschaft beschlossene, vom Senat gebilligte Krieg förmlich erklärt. Gewiss war es weder die Absicht noch die Folge dieser Satzung, ein stetiges Eingreifen des Senats in die Beschlüsse der Bürgerschaft hervorzurufen und durch solche Bevormundung die Bürgerschaft ihrer souveränen Gewalt zu entkleiden, aber wie im Fall der Vakanz des höchsten Amtes der Senat die Dauer der Gemeindeverfassung verbürgte, finden wir auch hierhin als den Hort der gesetzlichen Ordnung gegenüber selbst der höchsten Gewalt, der Gemeinde. Heiran wahrscheinlich knüpft endlich auch die allem Anschein nach uralte Übung an, dass der König die an die Volksgemeinde zu bringenden Anträge vorher dem Rat der Alten vorlegte und dessen sämtliche Mitglieder eines nach dem anderen darüber ihr Gutachten abgeben ließ. Da dem Senat das Recht zustand, den gefassten Beschluss zu kassieren, so lag es dem König nahe, sich vorher die Überzeugung zu verschaffen, dass Widerspruch hier nicht zu befürchten sei, wie denn überhaupt einerseits die römische Sitte es mit sich brachte, in wichtigen Fällen sich nicht zu entscheiden, ohne andere Männer Rat vernommen zu haben, andererseits der Senat seiner ganzen Zusammensetzung nach dazu berufen war, dem Herrscher der Gemeinde als Staatsrat zur Seite zu stehen. Aus diesem Rat erteilen ist, weit mehr als aus der bisher bezeichneten Kompetenz, die spätere Machtfülle des Senats hervorgegangen, die Anfänge indes sind unscheinbar und gehen eigentlich auf in die Befugnis der Senatoren, dann zu antworten, wenn sie gefragt werden. Es mag üblich gewesen sein, bei Angelegenheiten von Wichtigkeit, die weder richterliche noch feldherrliche waren, also zum Beispiel, abgesehen von den an die Volksversammlung zu bringende Anträgen, auch bei der Auflage von Frondänen und Steuern, bei der Einberufung der Bürger zum Wehrdienst und bei Verfügungen über das eroberte Gebiet, den Senat vorher zu fragen, aber wenn auch üblich, rechtlich notwendig war eine solche vorherige Befragung nicht. Der König beruft den Rat, wenn es ihm beliebt und legt die Fragen ihm vor, und gefragt darf kein Ratsehr seine Meinung sagen, noch weniger der Rat sich ungeladen versammeln, abgesehen von dem einen Fall, wo er in der Vakanz zusammentritt, um die Reihenfolge der Zwischenkönige festzustellen. Dass es ferne dem König zusteht, neben den Senatoren und gleichzeitig mit ihnen auch andere Männer seines Vertrauens zu berufen und zu befragen, ist in hohem Grade wahrscheinlich. Der Ratschlag so dann ist kein Befehl, der König kann es unterlassen, ihm zu folgen, ohne dass dem Senat ein anderes Mittel zustände, seiner Ansicht praktische Geltung zu schaffen als jenes früher erwähnte keineswegs allgemein anwendbare Kassationsrecht. Ich habe euch gewählt, nicht dass ihr mich leitet, sondern um euch zu gebieten, diese Worte, die ein spätere Schriftsteller dem König Romulus in den Mund legt, bezeichnen nach dieser Seite hin die Stellung des Senats gewiss im Wesentlichen richtig. Fassen wir die Ergebnisse zusammen. Es war die römische Bürgergemeinde, an welcher der Begriff der Souveränität haftete, aber allein zu handeln war sie nie, mit zu handeln nur dann befugt, wenn von der bestehenden Ordnung abgegangen werden sollte. Neben ihr stand die Versammlung der lebenslänglich bestellten Gemeindeältesten, gleichsam ein Beamtenkollegium mit königlicher Gewalt, berufen im Fall der Erledigung des Königsamtes, dasselbe bis zur definitiven Wiederbesetzung durch ihre Mitglieder zu verwalten, und befugt, den rechtswidrigen Beschluss der Gemeinde umzustoßen. Die königliche Gewalt selber war, wie Salust sagt, zugleich unbeschränkt und durch die Gesetze gebunden, Imperium Legitimum, unbeschränkt, insofern des Königsgebot, gerecht oder nicht, zunächst unbedingt vollzogen werden musste, gebunden, insofern an dem Herkommen zu widerlaufendes und nicht von dem wahren Souverän, dem Volke, gut geheißenes Gebot auf die Dauer keine rechtlichen Folgen erzeugte. Also war die älteste römische Verfassung gewissermaßen die umgekehrte konstitutionelle Monarchie. Wie in dieser der König als Inhaber und Träger der Machtfülle des Staates gilt uns darum zum Beispiel die Gnadenakti lediglich von ihm ausgehend, den Vertretern des Volkes aber und den ihnen verantwortlichen Beamten die Staatsverwaltung zukommt, so war die römische Volksgemeinde ungefähr, was in England der König ist und das Begnadigungsrecht, wie in England ein Reservatrecht der Krone, so in Rom ein Reservatrecht der Volksgemeinde, während alles Regiment bei dem Vorsteher der Gemeinde stand. Fragen wir endlich nach dem Verhältnis des Staates selbst zu dessen einzelnen Gliedern, so finden wir den römischen Staat gleich weit entfernt von der Lockerheit des bloßen Schutzverbandes und von der modernen Idee einer unbedingten Staatsallmacht. Die Gemeinde verfügte wohl über die Person des Bürgers durch Auflegung von Gemeindelasten und Bestrafung der Vergehen und Verbrechen, aber ein Spezialgesetz, das einen einzelnen Mann wegen nicht allgemein verpönte Handlungen mit Strafe belegte oder bedrohte, ist, selbst wenn in den Formen nicht gefehlt war, doch den Römern stets als Willkür und Unrecht erschienen. Bei weitem beschränkter noch war die Gemeinde hinsichtlich der Eigentums- und, was damit mehr zusammenfühl als Zusammenhängen, der Familienrechte, in Rom wurde nicht, wie in dem lykurgischen Polizeistaat, das Haus geradezu vernichtet und die Gemeinde auf dessen Kosten groß gemacht. Es ist einer der unleugbarsten wie einer der merkwürdigsten Sätze der ältesten römischen Verfassung, dass der Staat den Bürger wohl fesseln und hinrichten, aber nicht ihm seinen Sohn oder seinen Acker wegnehmen oder auch nur in mitbleibender Wirkung besteuern dürfte. In diesen und ähnlichen Dingen war selbst die Gemeinde dem Bürger gegenüber beschränkt, und diese Rechtsschranke bestand nicht bloß im Begriff, sondern fand ihren Ausdruck und ihre praktische Anwendung in dem vorfassungsmäßigen Veto des Senats, der gewiss befugt und verpflichtet war, jeden einem solchen Grundrecht zu widerlaufenden Gemeindebeschluss zu vernichten. Keine Gemeinde war innerhalb ihres Kreises sowie die römische allmächtig, aber in keiner Gemeinde auch lebte der unsträflich sich führende Bürger in gleich unbedingter Rechtssicherheit gegenüber seinen Mitbürgern wie gegenüber dem Staat selbst. So regierte sich die römische Gemeinde, ein freies Volk, das zu gehorchen verstand, in klarer Absagung von allem mystischen Priesterschwindel, in unbedingter Gleichheit vor dem Gesetz und unter sich, in scharfe Ausprägung der eigenen Nationalität, während zugleich, es wird dies nachher dargestellt werden, dem Verkehr mit dem Auslande so großherzig wie verständig die Tore weit aufgetan wurden. Diese Verfassung ist weder gemacht noch erborgt, sondern erwachsen in und mit dem römischen Volke. Es versteht sich, dass sie auf der älteren italischen, greco-italischen und indogermanischen Verfassung beruht, aber es liegt doch eine unerbesehbar lange Kette staatlicher Entwicklungsphasen zwischen den Verfassungen, wie die homerischen Gedichte oder Tacitusberichte über Deutschland sie schildern, und die ältesten Ordnung der römischen Gemeinde. In dem Zuruf des Hellenischen, in dem Schildschlagen des deutschen Umstandes lag wohl auch eine Äußerung der souveränen Gewalt der Gemeinde, aber es war weit von da bis zu der geordneten Kompetenz und der geregelten Erklärung der latinischen Kurienversammlung. Es mag ferner sein, dass, wie das römische Königtum den Purpurmantel und den Elfenbeinstab sicher den Griechen, nicht den Etruskern, entlehnt hat, so auch die zwölf Lektoren und andere Äußerlichkeiten mehr vom Ausland her übergenommen worden sind. Aber wie entschieden die Entwicklung des römischen Staatsrechts nach Rom oder doch nach Latium gehört, und wie wenig und wie unbedeutend das Gebote darin ist, beweist die durchgängige Bezeichnung aller seiner Begriffe mit Wörtern latinischer Prägung. Diese Verfassung ist es, die die Grundgedanken des römischen Staates für alle Zeiten tatsächlich festgestellt hat, denn trotz der wandelnden Formen steht es fest, solange es eine römische Gemeinde gibt, dass der Beamte unbedingt befiehlt, dass der Rat der Alten die höchste Autorität im Staate ist und dass jede Ausnahmebestimmung der Sanktionierung des Souveräns bedarf, das heißt der Volksgemeinde.